Servus Leute, heute habe ich zwei Raids für euch auf dem zweiten Account und ich war auf Reserve unterwegs und ich finde, da sieht man sehr gut, was das Server-Update wirklich gebracht hat. Auf Reserve habe ich Shooterbound in Heaven gemacht, da war richtig was los, da ging es zur Sache und ja, irgendwie habe ich die Pistol-Quest auch noch nebenbei erledigt. Aber ich will euch nicht zu viel spoilern, auf jeden Fall waren das zwei Raids, die ich direkt hintereinander weggespielt habe. Ich war mit einem Viewer-Gear unterwegs, mit einer Glock und einer DVL und ja, da ging es zur Sache, vorne und hinten waren PMCs, das war vorher auf jeden Fall nicht der Fall. Also ein sehr gutes Beispiel, dass auf jeden Fall mehr los ist und ja, Reserve macht wieder wirklich Spaß und die Runden insbesondere haben wirklich Spaß gemacht. Schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, Twitch.tv slash Outsider, würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Wie auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Es war so klar, dass ich wieder hier spawn, ey. Und da war schon irgendwo einer. So oder so, das sind definitiv keine 125. Mal schauen, ob ich den von hier erwische, Tower aus. Ist ja gerade reingehüpft. Rennen, Rennen, Rennen. Zwei. Yes. Oh, das wärs gewesen. Einen haben wir. Bestes, den man bei Nacht machen muss. Äh, Nachtkills muss ich allgemein machen. Alles außer auf Factory. Ja, stimmt. Ich könnte nachts Interchange und sowas spielen. Jawohl, den ersten haben wir. Reserve, Headshot hat gesessen. Den zweiten leider nicht. Wär nice gewesen. Aber wenn der erste tot ist, ist er der zweite halt. Aufgeschrecktes Todes, ne? Welche Sniper spiele ich am liebsten? M700. M700. Ich weiß eh, was das ist. Der ist eh schon jetzt auf meinem Stream. Und sagt Bescheid. Wo ich rumlaufe. Also zumindest habe ich immer das Gefühl bei so Duos, ne? Wenn ich unter meinem echten Namen spiele, dass das erste, was passiert ist, wird geschaut, ob es der Streamer ist. Ich glaube, wir gehen mal ins Bahn-Building. Der Typ hatte so ne komische Mütze auf und sowas. Wenn hier gleich einer vor mir steht mit dieser komischen Mütze. Weißt du, das ist der. Shit. Was ist denn bei Fußball? Ja. WM ist mir sowas von egal. Das ist echt krass. Was ist denn bei Fußball? Man sieht aber da oben auch nichts drin, ne? Ich glaube, ich gehe mal hinten in die Ecke in den Tower. Instant C-0, ja. Ich glaube auch. Bei mir wäre es genau dasselbe. Die sollten mich mal als Bundestrainer engagieren. Also bei Fußball-Backseat bin ich auch ganz groß dabei, wenn es sein muss. Jetzt hat einer gedrückt. Ich glaube, ich brauche nicht auf dem Tower. Aber doch, wir schauen einmal scheiß drauf. Er hat tatsächlich die WM... Also mich hat der Fußballer eh schon nie gejuckt. Aber die WM juckt mich gar nicht. Was hat es mit Backseaten auf sich? Naja, Backseaten heißt... Also... Dem Streamer oder irgendjemand anderem zu sagen, was er zu tun hat. Das ist Backseaten. Klugscheißen, naja. Kann man... Oh. Das muss ein Scaf, okay. Oh. Moment. Hat doch kein Scaf. Wenn er hier hinten durchläuft, hätte ich eine Chance. Drei. Ach du Scheiße. Oh boy. Ich muss hier runter. Das war's. Die kommen jetzt halt. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf. Danke für die 400. Guten Morgen an alle. Danke für den Wachmacher. Oh shit. Der hat mich gesehen. Wo geht's hier raus? Halt hier hinten, ne? Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Bitttot. Oh boy. Mh. Oh, 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 oh. Kommt her. Jawohl. Den Push haben sie sich, glaube ich, anders vorgestellt. Den Push haben sie sich anders vorgestellt. Da bin ich mir sicher. Oh. Oh, da rennt einer, da rennt einer, da rennt einer, da rennt einer, da rennt einer. Ich habe ihn gesehen. Komm her, komm her, komm her. Scheiße, er ist gerade hier. Da ist er gerannt. Oh, oh, oh. Okay. Okay. No. Muss hier einer kommen, ey. Willst du mich verarschen? What? What? Komm jetzt her. Komm jetzt her. Komm jetzt her. Scheiße, der liegt dahinter jetzt. Passat. Okay. Oh, ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn gesehen. Kann ich ein Party hier auf Reserve, was zur Hölle? Für die neuen Servern. Ey, der liegt halt immer noch da, ne? Naja, da ist was davor, Mann. Sonst ist Reserve immer tot. Ja, seitdem die Server zusammengelegt sind, ist Party angesagt. Ihr seht's. Also, so viel war hier seit Release von der Map nicht mehr los. Ohne Scheiße, da ist halt so eine Scheiße. Ah, das ist das Cave-Boss. Er schießt halt Eiskalt in beide Richtungen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Jawohl. Schutt Nummer zwei. So, jetzt brauchen wir den da noch. Oh, er ist weg. Da hinten ist er. Ey, was hier los ist auf der Map? Okay. Reserve ist, keine Ahnung. Wir kommen im Kriegsgebiet. BfK war der Gegner, der hat sich nicht auf mich konzentriert, der hat sich auf den Scaf-Boss konzentriert, der da hinten rumrennt. Mitro Klaus, vielen Dank für's Follower bekommen. Oh, mein Imex. Mein Imex, danke fürs halbe Jahr. Wir kommen zurück in Abo-Fall. Ich danke für die 1. Und für deinen Support. Wie geht's? Servus. 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 Ey, shit. Ich bin noch einen Schuss hier. Da sind noch zwei Spieler. Ziemlich sicher. Oh, war drüber. Ich bin auf 300 geserot. Scheiß drauf. Okay, looted einer. Ist einer unter mir? Ah, ich hab grad einen Hocken gesehen. Das ist der Scaf-Boss, okay. Oder ein Scaf. Hier ist einer unter mir. Was zur Hölle? Also Shooter-Born in Heaven. Es ist ein Fest. Zwei Raids, zwei Shots. Die Party steigt. Und hier haben wir auch Gesellschaft. Easy. Ich hab gerade wie viele Spieler gesehen? Sechs Spieler? Sieben Spieler an der Oberfläche auf Reserve? Was ist hier los? Was ist hier los? Wir schauen nochmal, ob wir einen snipen können. Wir sind auf 300 geserot. Der Typ lebt halt noch, ne? Hinter mir. Muss ich aufpassen. Ist der Bunker zu? Ja, ich glaub der Bunker ist abgerissen. Verfüllt. Was ist das für ein Bunker? Okay. So. Ach komm, ey. Was ist hier los, ey? Eindeutig zu wenig Ammo für den Scheiß. Ich muss mich erst, äh, muss mir erst den Arm flicken, bevor ich wieder snipe, weil sonst treffe ich gar nichts. Er ist nicht los, jetzt zu viel. Nein, ist genau richtig. Schaut euch den Scheiß an. Das war nochmal ein anderer, ne? Das war nicht der Typ, der mich erst gepiekt hat. Oh mein Gott. Erschwindet ihr jetzt? Hab ich was zu tun? Oh mein Gott. No. War der knapp? No. No, das wäre er gewesen. Oh, der war so knapp. Der war so knapp. Ey, ne. Snipen ist somit nicht mein Ding. Genau. Snipen ist nicht mein Ding. Dennis hätte das ohne Probleme getroffen. Dennis, du kannst froh sein, dass wir uns schon kennen. Wenn das deine erste Chat-Nachricht gewesen wäre, hättest du, hättest du direkt gehen dürfen. Direkt einfach, ne? Schön, dich gekannt zu haben, aber nein, danke. Dennis hätte ihn versenkt. Ach ja. Haben wir drüber geredet, ja? Du Armeleuchter. Ey, was ist in dieser Runde los? Absolut kranker Scheiß. Schau, was ist da los? Das war jetzt aber auch einfach, ja, ja, ja. Was ist hier los, Mann? Zwei Shooter-Born-in-Heaven-Shots und keine Ahnung. Was spielen wir hier? King of the Hill. Sozusagen, ne? Jetzt noch looten, äh, das wird schwierig da hinten. Looten wird jetzt schwierig. Besonders, weil hier noch der Scaf-Boss irgendwo rumgeiert. Ja, den brauch ich eigentlich auch. Okay. Feuerplan. Scaf-Boss killen. Der lebt noch. Vorher eine Waffe besorgen von dem Typie hier unten. Okay. Wenn wir hier noch mal Naus talked, känt. Nausage. Okay. Hier dran. Achso. Hey McFreshbeat. Bestens wie es bei dir. Ach ja. Wenn es unbedingt sein muss, nehmen wir die halt auch. Was soll's. Ja. Du willst mich doch verarschen, Mann. Den hab ich genaded. Kann das sein? Oder die haben sich gegenseitig gekillt. Keine Ahnung. So, wir setzen uns jetzt erstmal in die Ecke, nehmen ein paar Drogen. Das ist wichtig an der Stelle. Drogen darf man nicht vernachlässigen. Spaß, ne. Nicht ernst nehmen. Zählt nur für Tarkov. Die gute Heringsdroge, ja. Für manche ist Hering die Droge. Okay. What? Leute, ich hab jetzt nicht so viel Amor, um hier noch 10 Skeps zu killen, ne? What the fuck man Achso Ich hab hier was gehört Hier dreht sich was Oh 10 Milliarden Scavs hier ja Hast du so Phänomenal was der hier hat Die beste Sniper Amor aber man kann drüber reden War halt eiskalt ein Raider Was macht denn hier ein fucking Raider Na gut Man kann nicht alles haben Ein Trauerspiel Eins, zwei, drei, vier, fünf Echt nur fünf? Ich hätte spielen können Es wären mehr Ich hätte ihn jetzt gerne rausgebracht 382 Meter 382 Abonniert Echt Vielen Dank.